Ein ganz normaler Tag an der Uni Mainz. Doch wo liegt überhaupt der Asta? Der Asta? Nächste Frage? Boah, keine Ahnung. Ist es ein Berg? Ja, der bekannte Asta-Berg. Wer kennt ihn nicht? Weitere Vorschläge? Gar keine Ahnung. Tut mir leid. Wie keiner gewusst? Ich zeige euch einmal den Weg. Und im Asta werden ganz tolle Dinge getan. Diskutiert, Argumente ausgetauscht und über viel Geld entschieden. Insgesamt 17 Millionen Euro, die für das Semester- und Theaterticket, das Sommerfest und noch viele andere Sachen genutzt werden. Und wenn ihr Ideen habt, die wir unterstützen können, dann kommt doch mal vorbei. Oder beteiligt euch an den Wahlen zum Studierendenparlament. Denn das Stupa wählt euren Asta, den Allgemeinen Studierendenausschuss.